Das Dorfgemeinschaftshaus in Meitzendorf. Hier ist alles vorbereitet für die Begrüßung von zwei neugeborenen Meitzendorfern. Das ist Cody Steven, geboren am 6. August. Und das ist Max, geboren am 19. August. Ortsbürgermeister Bernhard Nibon übergibt in einer kleinen Zeremonie an die Familien das Begrüßungsgeld je 500 Euro und einen Blumenstrauß. Und in der Tüte stecken auch noch weitere kleine Geschenke. Dann noch die obligatorischen Fotos für die Kollegen von den Zeitungen und auch von Orts-TV, den beiden Neugeborenen, ein herzliches Willkommen. In der gleichen Veranstaltung würdigte Ortsbürgermeister Nibon die Arbeit von Monika Blaes, die mit großer Zuverlässigkeit den Mittellandkurier und andere Informationen der Ortschaft in jeden Meitzendorfer Briefkasten verteilt, mit einer kleinen Prämie. Auch hier ein Foto und von Orts-TV ein Dankeschön.